In schwierigen Situationen beginnen sehr viele Menschen zu murren. Sie klagen, sie nörgeln, sie zetern, sie maulen, sie schimpfen, sie beschweren sich. Und das Interessante daran ist, dass das nicht nur die Situation nicht ändert, sondern sogar, dass es die ganze Sache dramatisch verschlimmert, sozusagen verfestigt. Unsere Worte haben kreative Kraft. Schau, Gott hat die Welt durch sein Wort in Existenz gesprochen und wir sind sein Ebenbild. Wir sprechen mit unseren Worten, sozusagen unsere Welt in Existenz. Und wenn wir Negatives aussprechen, dann wird Negatives in unserem Leben geschehen. Der Feind plappert uns irgendetwas vor. Und wenn wir nicht aufpassen und das einfach so nachplappern, dann ist das ein Bekenntnis und das wird in unserem Leben Substanz gewinnen. Unser Leben folgt unseren Worten. Unser Leben folgt unseren Worten. Vielleicht sagst du Dinge in deinem Leben wie, ich werde wohl nie gesund werden. Meine Ehe wird nie besser werden. Ich werde immer unter Mobbing leiden. Ich werde nie einen besseren Arbeitsplatz finden. Ich werde immer krank bleiben. Ich werde nie von diesen Schulden runterkommen und so weiter. Weißt du, das sind alles negative Bekenntnisse. Der Feind plappert dir dir vor. Und du musst darauf aufpassen, wenn du wissen willst, wie dein Leben in drei oder in fünf oder vielleicht in zehn Jahren aussehen wird, dann hör einfach mal auf deine eigenen Worte. Lausche einmal dem, was du selber aussprichst. Genau das, was du sagst, das wird nämlich das sein, was du in einigen Jahren in deinem Leben erleben wirst. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass du darauf achtest, was du sagst und dass du dein eigenes Denken disziplinierst und nicht zulässt, dass du negative Dinge über dir aussprichst. Und da ist Murren und Klagen und sich Beschweren und Jammern ist sehr, sehr zersetzend für uns selber. Um deiner Selbstwillen. Lass das klagen, lass das jammern, lass das maulen. Es gibt in der Bibel eine drastische Begebenheit, wo wir das feststellen können. Die kennst du. Das ist das Volk Israel, was in der Wüste ist und das Gott in das verheißene Land bringen will. Das ist ein Bild für unser Leben. Und das Volk hat jedes Mal, wenn Schwierigkeiten auftauchten, teilweise auch nur kleine Schwierigkeiten auftauchten, sofort angefangen zu murren und zu zetern und sich zu beschweren und richtig zu giften. Und irgendwann einmal kommt es dazu, dass Gott Folgendes sagt. Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört. Darum sprich zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr. Ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Wenn wir ein negatives Bekenntnis aussprechen, in der geistlichen Welt wird etwas freigesetzt. Das, was wir aussprechen, wird Realität werden. Unser Leben folgt unseren Worten. Deshalb sei weise und sprich die Verheißung Gottes, die er dir geben will, die Segnung Gottes über deinem Leben aus. Sprich nicht Negatives aus, was wie eine Selbstverfluchung ist, sondern sprich Gutes aus und überlege, wo dein Leben hingehen soll. Lerne einfach dir selber zuzuhören, was du aussprichst. Im Neuen Testament sagt uns Paulus, tut alles ohne Murren und Zweifel. Warum? Weil er genau das weiß. Wenn wir murren, haben wir ein Problem. Wir sollen alles, alles tun, ohne zu murren. Weil dann wird unser Leben in eine gute Richtung gehen. Am besten ist es, wenn du anfängst zu loben, zu preisen, egal wie die Situation aussieht. Denn dann wird das in deinem Leben freigesetzt werden. Und das ist der Segen, nachdem du dich eigentlich sehnst. In dem Sinne, achte auf deine Worte, nimm da die nötige Feinjustierung vor und du wirst sehen, Gott hat viel, viel mehr für dich.